Das Hotel Miramare liegt in Wodice in Dalmatien. Das Hotel Miramare ist sehr beliebt unter den Gästen, 97% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 36 Gäste, die das Hotel bewertet haben, vergeben durchschnittlich 5,5 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail. Hotel Allgemein Sehr gut bewertet wird der allgemeine Zustand des Hotels, sowie die Sauberkeit der einzelnen Bereiche. Hierfür erhält das Hotel eine herausragende Bewertung von 5,7 Sonnen von 6 Sonnen. Service Für den hervorragenden Service dieses Hotels bedanken sich die Gäste mit 5,7 von 6 Sonnen. Zimmer Sauberkeit, häufiger Wäschewechsel, gute Ausstattung wie Fernseher und Balkon. Das macht ein sehr gutes Zimmer aus. Die Hotel Gäste sind sehr zufrieden mit den Zimmern und vergeben 5,6 von 6 Sonnen. Gastronomie Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,6 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Lage und Umgebung Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke, sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5,1 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme Die Gäste sind mit dem Angebot an Sport und Unterhaltungsprogrammen sehr zufrieden. Das Hotel erhält in dieser Kategorie 5 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.